ja hallo ich bin stefanie von der tatwa viveka neben mir sitzt meine kollegin alice und heute begrüßen wir carsten dohnke bei uns hallo carsten ja hallo stefanie und davidia und dankeschön für die einladung ja gerne carsten ist ein sinologe und er ist anerkannter internationaler lehrer für daoismus und qigong und er lehrt die mystische den mystischen weg des dao und gibt seine 40 jährige erfahrung mittlerweile auch in ausbildungen und seminaren weiter magst du noch dich kurz ergänzend dazu vorstellen ergänzend was mir kurz einfällt ja ich bin aufgewachsen mit kampfkünsten also seit 14 bin und denn kung fu mit 20 und drei jahre in china oder in taiwan erstmals verbracht für mein studium und später ungefähr ein jahr in thailand für meditation mit meinem lehrer auch man takschi also einer meiner wichtigen lehrer im schickung oder meister man takschi wie man auch sagt und auch ein jahr fast in der volkspublik china so genau also ich war fünf jahre in asien und das hat dann auch dazu geführt dass an wenig zu meiner eigenen methodik entstanden ist wie ich unterrichte ja genau ja spannend casten wir sprechen heute über das thema beziehung und sexualität im daoismus und also wenn ich mich so umgucke dann stelle ich schnell fest dass in der westlichen welt vor allem auf die ich mich jetzt beziehe sind beziehungen häufiger geprägt auch von konflikten auch von ja eher einer gewissen oberflächlichkeit würde ich sagen und sind auch nicht sehr langlebig was machen wir falsch was machen wir falsch so also einmal manchmal funktioniert es ja tatsächlich schon was positives und wenn wir was falsch machen vielleicht dass wir zu wenig nach innen schauen zu wenig und selbst kennenlernen und aus unserer einsamkeit heraus oder diesem allein sein gern zeit mit jemand anders verbringen wollen und dann kommen natürlich beide zusammen mit ihren auch traumata oder ihren lebensgewohnheiten und das nennt man auch in asiatischer sicht oder aus asiatischer sicht halt eine aufarbeitung des karmas die dann passiert und eigentlich und das ist das tiefe geheimnis weiß man dass in jeder beziehung vorher wenn man ein partner anzieht auf unbewussten ebenen sondern man kommt ja mit der person person in resonanz die eine ähnliche resonanz hat wie man selbst hat ja genau dann können wir dann können ja zur nächsten frage übergehen wäre dann eher wie lassen sich denn dann glückliche erfüllende und langlebige beziehungen aufbauen und dann auch erhalten eine große frage also sagen aus daueristischer sicht auch heraus richtig ja ja genau und das große thema ist ja auch sexualität mit beziehung zusammen und auch spiritualität ist ja auch richtig ja denn das geht ja alles ineinander über nachher und ich würde sagen der wichtigste punkt für tiefe beziehung ist erstmal ein ankommen bei sich selbst und wenn wir jetzt so in den in die daoistische tradition hinein gucken da sind natürlich auch berühmt die sexual praktiken der daoisten und oft wird darüber gesprochen oder viele bücher geschrieben aber die machen ja keine zehn prozent aus des daoismus und ich hole jetzt mal so ein bisschen aus damit die zuhörer auch mehr verstehen sondern die praktiken wie tai chi und auch chinesische medizin die für sich alleine steht aber ja auch integriert ist in den daoismus all das zusammen bildet ja ein größeres feld mit praktiken der mystik der organheilung der meditation und so weiter ja und die sexual praktiken sind ein teil davon und sie haben halt die tief die wichtige idee ja es sind verschiedene aspekte jetzt dahinter aber einmal auch wie können wir mit uns in beziehung treten sehr sehr tief und dann auch mit jemand anders und hier kommen wir zu einem ganz wichtigen punkt in beziehung und in der therapeutischen arbeit wird da oft gut ausgedrückt mit dem satz ein schritt nach innen entspricht gleich ein schritt nach außen das heißt je mehr kontakt ich mit mir habe in meinem inneren auch mit meinen schatten seiten desto mehr kann ich auch kontakt zum leben haben zu anderen menschen und in gute soziale beziehungen treten und die daoisten betonen halt ein aspekt sehr besonders nämlich das bei sich ankommen und das bei sich ankommen besteht darin dass man wirklich seinen geist abschalten kann und im eigenen bauchraum ankommt wie in einer inneren kraft mit einem inneren ruhepol und das braucht eine gewisse zeit das zu erlernen ist aber auch nicht schwieriger als wenn man jetzt gitarre lernt oder klavier spielen lernt so nach ein zwei jahren kann man da ja auch schon eine menge ist doch richtig oder heißt dieses bei sich selbst ankommen ist ein punkt und auch gut verwurzelt sein also stabil sein und da guckt vielleicht kommt das jetzt auch schon indirekt rüber also wenn ich bei mir ankommen kann in einem inneren ruhepol in einer stabilität dann kann ich ja dem anderen auch besser zuhören und die andere person besser wahrnehmen und wenn wir schauen wo sind denn die meisten konflikte in beziehungen oder wenn wir das mal tiefer spannen in bezug auf mystik wo ist das tiefste thema dass man wirklich spirituelle erfahrungen macht wenn wir uns das anschauen kann man eigentlich sagen das tiefste thema ist dass wir die andere person wahrnehmen und wirklich einen bezug zu ihr haben wir wirklich zuhören können sie sie fühlen können und auf der spirituellen ebene und jetzt kommt es und da ist auch eine parallelität zur sexualität oder zur beziehung mit anderen menschen oder mit einem partner dass ich dem leben zuhören kann das leben wahrnehmen kann und ich betone das jetzt so besonders weil wenn wir jetzt mal einfach die nächsten 50 leute auf der straße interviewen würden oder kurz anhalten würden könnt ihr das leben wahrnehmen die wüssten glaube ich gar nicht was ich meine oder wenn wir das gemeinsam fragen die verstehen die frage gar nicht weil sehr oft kreisen wir einfach um uns selbst leben wahrnehmen heißt dann im urlaub mal das meer sehen etc bedeutet da ist ein tiefer fokus auf den eigenen ruhepol in sich und eine stabilität und gleichzeitig das sieht man zum beispiel auch im tai chi was ja ein element ist in dem ganzen taoismus eine möglichkeit harmonisch und fließend in kontakt zu treten deswegen gibt es ja im tai chi auch diese ganzen push hands bewegung etc heißt da kommt jemand auf mich zu und ich gehe in einen fließenden kontakt und mit einer welle wie dann entsteht bewege ich mich mit der person in einer art gleichgewicht was auch dazu führen kann dass man einen angreifer abwehrt aber auf der psychischen ebene ist es eigentlich eher die art wie gehe ich in einen gesunden kontakt mit anderen menschen so das wäre der erste punkt soll ich noch was zweites sagen ja gerne der erste punkt ist der allerwichtigste weil ohne die stabilität ja funktioniert halt vieles nicht der das zweite oder der zweite punkt wäre also einmal wichtig vorweg wenn so ein interview ist der daoismus hat viele facetten es gibt bereiche wo wir einfach nur in stelle sind wie oder mystisch bereiche die wirklich so mit einer inneren hingabe auch vorgehen etc und andere aspekte die sehr das tai chi betonen oder andere bereiche auch oder bewegung betonen heißt es ist keine konkurrente lehre wo es sich um ein aspekt dreht ich muss das vorweg sagen bevor wir uns hier verlieren in den details also auch für die zuhörer grundsätzlich können wir sagen das ist ein komplexes system mit drei kernelementen nämlich einmal selbstheilung vitalität ich glaube kommt bei jedem gut an wenn man das hört also auch gesundheit die meisten leute heutzutage sind erschöpft der zweite punkt ist emotionale heilung also umgang mit stress aber auch mit inneren verletzungen und der dritte punkt dann spiritualität so diese drei punkte machen den daoismus aus und man nimmt dazu den eigenen geist eventuell unterstützung auch von in der alchemie von kräutern oder gute ernährung aber besonders auch den körper also ist ein körperlicher weg was in dem sinne den daoismus so wichtig macht für die heutige zeit weil wir verlieren gerade unsere körperlichkeit in den letzten 20 jahren besonders mit dem aufkommen oder dem vermehrten aufkommen von internet und handys und so weiter und ihr fragt auch nach sexualität begegnungen mit anderen menschen es ist natürlich alles körperlich ja also wenn ich mich wirklich lebendig fühle in mir dann gehe ich auch lebendig in eine beziehung hinein und in sexualität basiert ja auf dass beide eigentlich lebendig sind ja sonst kommt es ja meist zu gar keine partnerschaft das war jetzt so ein kleiner einschub bedeutet ausgehend davon dass wir diese lebendigkeit suchen und diese innere lebenskraft suchen haben die daoisten sehr schöne meditation entwickeln wo wir danach streben wie können wir unser herz öffnen oder unsere praktisch herzenskraft auch und zunutze machen für innere heilungsprozesse und wie können wir unsere libido aktivieren damit sie uns auch von innen nähert und umträgt und das ist jetzt eigentlich ganz einfach und auf der anderen seite sehr komplex aber wir können das mal so zusammenfassen es gibt eigentlich nur wenige menschen in der heutigen zeit die ein übermaß an lebenskraft verfügen so dass sie jeden tag überschwingen wie ja als wenn champagner als wenn sie champagner getrunken haben ja also die meisten sind eher auch die meisten menschen die ich treffe gestresst oder permanent im kopf können den kopf gar nicht mehr abschalten innerlich angespannt und fühlen eigentlich wenn sie ganz ehrlich sind sehr wenig innere lebendigkeit und dieses fühlen von sehr wenig innerer lebendigkeit führt führt ja auch dazu dass man im außen praktisch diese liebe und auch diese lebendigkeit sucht oder meinetwegen ganz extreme sachen macht im außen um sich wirklich zu fühlen um sich lebendig zu fühlen und was das system oder die systeme der daoisten in der meditation sehr stark macht finde ich und für unseren alltag heutzutage von solcher bedeutung ist dass die daoisten eigentlich gelernt haben die kraft des herzens zu aktivieren und die libido zu aktivieren und jetzt kommt der nächste punkt und beide kräfte im körper zusammen zu bringen und zwar in der eigenen mitte und das ist der lebendigkeit was denn das führt dann zu der lebendigkeit das führt zu einer lebendigkeit die über ich sag das jetzt mal ganz ehrlich die vorstellungskraft von menschen die das nicht gelernt haben vollkommen hinaus geht und zwar schau mal simpel sag ich mal so normalerweise wenn wir wirklich unser herz fühlen und das sind übrigens gar nicht so viele menschen die das können die meisten fühlen ihr herz wenn sie verliebt sind aber in meinen seminaren habe ich sehr viele menschen die nach ein zwei jahren praxis also auch in den ausbildung besonders auf mich zukommen und sagen mensch ich habe eigentlich vorher in meinem leben in der form so mein herz noch überhaupt nie gefühlt das ist sowieso durchgehendes licht was einen umhaut es ist nicht so ein bisschen so ich fühle mich mal verliebt sondern es ist so eine herzenskraft die einen von innen erfüllt aber nur eine herzenskraft fühlen das ist ja nicht das einzige was man im herzen fühlen kann also ich glaube also ich hatte gerade das gefühl dass das was sie beschrieben haben oder du beschrieben hast also ich glaube man kann vieles in seinem herzen fühlen und auch also eine herzensliebe ich glaube da kann man auch noch mal so ein bisschen differenzieren aber ich fand das jetzt auch entschuldigung aber irgendwie wurde mir das gerade nur bewusst weil ich in letzter zeit hat mich auch viel damit beschäftigt wie ich mein herz fühle aber es fühlen nicht nur nicht nur herzenskraft oder liebe sondern auch viele andere gefühle und resonanzen und da fand ich das interessant natürlich ist es auch ganz richtig das herz hat viele verschiedene qualitäten und um es simpel zu machen die grundidee im taoismus ist erstmal wie auch in anderen spirituellen praktiken ob christentum oder buddhismus etc. dass wir unser herz wirklich öffnen aber was unterscheidet den taoismus jetzt in in der spezialität und im hinblick auf beziehung oder auch sexualität zu den anderen traditionen könnte man sagen ein punkt die taoisten versuchen auch ihre libido zu aktivieren also durch meditation und so in den körper zurückzuführen und wir kommen gleich zur partnerschaft das ist noch eine andere geschichte ja denn ich spüre mit ihr denkt okay was hat es mit partnerschaft zu tun wahrscheinlich erst mal das ich möchte diese lebendigkeit und liebe erstmal in mir führen das ist eine basis um überhaupt jemand anderen jemand anderen tiefe lebendigkeit mitzugeben und eure frage vorhin war was ist eigentlich das dilemma in den partnerschaften heutzutage ja und ich hatte gesagt die meisten menschen fühlen sich nicht so sehr und ich könnte ergänzen viele menschen sind auch erschöpft oder fühlen nicht ihr herz oder ihre libido heißt sie erwarten etwas von der anderen person und das macht die sache komplex also ich gehe nicht in die partnerschaft um in ein tiefes resonanzfeld einzutauchen in dem ich auch was gebe sondern ich eigentlich komme ich mit einem manko in die partnerschaft und trotzdem kann man sich natürlich im leben unterstützen etc so jetzt sagen die daoisten mensch wenn wir unsere lebendigkeit erst selbst in uns aktivieren dann können wir natürlich in tiefe prozesse gegen der selbstheilung und der energiegewinnung energiegewinnung aber es passiert auch was besonderes wenn nämlich die herzensenergie und unsere libido im bauch zusammenkommen wenn dies ist eine der tiefsten meditation die es im daoismus gibt heißt auch die vereinigung von wasser und feuer die führt dazu dass wir können sagen eine andere vibration und in alle zellen hineingeht also dass ein innerer vitalisierungs heilungs und auch wenn es denn funktionieren sollte ist nicht so einfach verjüngungsprozess auftritt heißt dass man sich wirklich ganz lebendig fühlt und so simpel mal ganz simpel gesprochen die sexualenergie ist ja die basis oder die grundlage der kundalini auch im yoga so unten liegt die sexualkraft im yoga gibt es wahrscheinlich ähnliche praktiken und das ist auch ein ähnliches thema wie kann ich vermeiden diese sexualkraft immer zu verlieren ob in der partnerschaft beim geschlechtsverkehr oder dass sie so irgendwie entweicht gibt es ja heutzutage sehr viel um nicht in eine erschöpfung zu kommen und was die daoisten herausgefunden haben ich nehme nicht nur die sexualkraft als grundlage und das ist jetzt wichtig aller meiner lebendigkeit und auch aller kreativen prozesse denn jeder kreative prozess im leben also ob eine blüte sich so öffnet ja oder jemand ein buch schreibt oder ein neues projekt macht basiert eigentlich auf dieser tiefen lebenskraft die sich entfalten will und das können wir auch sehen wenn menschen erschöpft sind oder älter sind denn es ist ganz natürlich dass sie sagen mensch ich würde gerne auf dieses projekt machen aber mir fehlt die energie und das ist die die idee daoisten dass sie sagen menschen bringen diese beiden kräfte in uns zusammen und fühlen in uns dann diese tiefe lebendigkeit und auch die sexualkraft schon als aktive kraft und gehen damit und das wäre natürlich der optimalfall wenn das im alltag zu funktionieren in die partnerschaft hinein so wir wollen bestimmt was fragen oder man würde zu sagen dass es auch so dass ein ziel der sexualität im taoismus diese lebendigkeit zu erreichen durch die sexualität ich würde mal so sagen warum haben menschen oder zieht es menschen überhaupt zur sexualität ist eigentlich lebendigkeit niemand wünscht sich sexualität um ganz ruhig zu sein sondern wir spüren eine totale lebendigkeit in uns und es heißt ja auch nicht ohne grund dass ein orgasmus mit das tiefste gefühl ist was menschen erleben können wenn er tief ist oder auch noch in einer vereinigung und deshalb haben die daoisten halt also auch gesagt okay wir recyceln diese energie praktisch wir nehmen sie in uns auf und können dann erst mal in die meditation solche tiefen ich würde sagen orgastischen gefühle kann man zu übersetzen aber es passt nicht ganz weil es natürlich dann in der meditation eine tiefe lebendigkeit ist wie die sexualkraft wirkt aber verbunden mit sehr viel stille sehr viel stabilität besonders wenn es mit der herzenskraft zusammenkommt aber mal ganz sind das ist eigentlich das was den meisten menschen heutzutage fehlt und ich habe jetzt ja seit über 30 jahren unterrichtet und so viele teilnehmerinnen und teilnehmer gehört die gesagt haben wow ich das schon mal eher gelernt so wirklich bei mir ankommen meine liebe fühlen ohne dass ich einen partner habe meine lebendigkeit immer fühlen in einer präsenz und auch in einer ruhe und das gibt auf jeden fall ein sehr gutes ein sehr gutes fundament für alle partnerschaften denn guckt mal simpel wie tief geht vielleicht oder gegen eure letzte partnerschaft ihr habt auch gesagt es gibt so kommt und geht schnell heutzutage oder freundschaft wenn eventuell der partner gar nicht mehr anwesend ist oder einfach immer erschöpft ist oder wenn die leute überarbeitet sind und immer nur am kopf kreisen und vielleicht den partner oder mich oder euch oder jeden anderen menschen auch nicht mehr wahrnehmen dann endet halt schnell eine partnerschaft weil man fühlt sich nicht mehr gesehen man fühlt sich nicht mehr verbunden ja und dieser herz zu herz kontakt geht verloren und die evolution hat ja was ganz besonderes kreiert für uns das den meisten menschen gar nicht so bewusst ist dieser herz zu herz kontakt die evolution ist manchmal klar war gegen unseren eigentlich gegen unser gefühl der herz zu herz kontakt besteht ja hauptsächlich wenn man erst mal verliebt ist bei mann und frau dann blüht alles auf und alle schweben auf solcher rosa roten wolke ist ja auch ein ganz tolles gefühl aber wie es auch heißt man ist ja verliebt also man ist nicht mehr ganz bei sich nicht mehr ganz mit seinem inneren pol verbunden man hat sich schon ein bisschen verloren so wenn man denn in der beziehung ist geht nach ein zwei drei jahren schnell der herz zu herz kontakt verloren weil sich übrigens auch die ganzen hormone und alles ändern dann gibt es eine andere phase in der beziehung und viele menschen erwachen dann auf einmal merken hoch wo bin ich ja eigentlich reingeraten und das schöne ist im daoismus sieht man das schon voraus das ist eigentlich ganz toll nicht nur im daoismus sondern in vielen weisheitstraditionen die sehen gerne sachen voraus und sagen okay dieses liebtheitsgefühl ist eine momentane phase aber wenn wir mit unserem herz in kontakt bleiben und unser mitte dann können wir die partnerschaft in dieser lebendigkeit vielleicht über sehr lange zeit aufrechterhalten oder unser ganzes leben und wie kann man dabei bleiben also wie kann man im herzen bleiben und diese herzensverbindung aufrechterhalten ja unter anderem indem man eine tiefe entscheidung trifft die ist nicht einfach dass man auch regelmäßig innere meditative praktiken macht für sich selbst das ist das entscheidende man kann natürlich gewisse sexualheit umsetzen in der partnerschaft das hilft aber meist nicht für eine gute partnerschaft sondern es braucht was ich eben schon beschrieben habe dieses innere ankommen und diese innere verbundenheit zu sich selbst ja dies hilft im herz zu bleiben und ganz ein ganz wichtiger punkt noch denn wir sehen ja guckt das thema taoistische meditation partnerschaft sexualität geht eigentlich über in zwei bereiche ein bereich ist einmal in wirklich in spiritualität mystik und so weiter und es geht auch zur anderen seite hin in den ganzen bereich von psychologie das heißt es gibt nachher große schnitten und ergänzend was sehr schnell passiert wenn man in die taoistischen praktiken eintritt die ja auch energiepraktiken sind dass man so überwältigt ist von der energie wenn man jetzt ins herz geht oder in die kraft der mitte eintaucht oder merkt wie die libide aufperlt dass man gar nicht mehr in die feineren emotionalen schwingungen hineingeht in die meditation und das ist ja eigentlich auch sinn wenn wir gucken in allen meditationssystemen der welt dass man wirklich bei sich ankommt und auch emotional bei sich ankommt dies wäre der wichtige dritte punkt meines erachtens für gelungene partnerschaften also einmal in der eigenen mitte zu sein die fähigkeit und somit auch abschalten zu können dann die verbindung herz und sexualität und ja einfach als wie soll ich sagen ja als nächsten schritt dass ich in meine alten emotionellen themen eintauche oder anders noch ausgedrückt dass es auch möglich ist innere verletzungen und traumata zu heilen weil ich immer mehr bei mir ankommen und kontakt hat zu mir und heutzutage gibt es auch viele therapeutische methoden als hilfe noch die dann ergänzend recht schnell wirken und ich betone das jetzt so und ihr merkt ich werde so ein bisschen ernster weil das sehr oft nicht passiert wenn man so den energiebereich betont sondern es braucht diese auch seelische aufarbeitung alter geschichten damit eine partnerschaft gut funktioniert natürlich ich glaube der punkt ist klar also die praktisch das innere kind will gesehen werden und es braucht den gleichen punkt für die mystik oder für die weisheit das lässt sich für dich sehr gut mit dem verknüpfen was du am anfang gesagt hast mit dieser karmischen aufarbeitung dass ich glaube in der beziehung wird das sowieso also ich glaube all unsere menschlichen beziehungen sind sowieso davon geprägt dass man davon also dass man auch bestimmte knöpfe drückt aber besonders wenn man in einer partnerschaft kommt es sowieso auf dass da andere genau seine wunden punkte wie auf magische weise drücken wird also dass man auf etwas hingewiesen wird worauf man nicht blicken möchte und ich glaube das ist auch ein grund wieso sich doch viele menschen wieder zurückziehen aus partnerschaften weil möglicherweise die begegnung mit mit eigenen themen dass man das gar nicht möchte oder dass man es anfängt auf den anderen zu projizieren also ich finde das war jetzt ein sehr guter punkt und auch ja konnte man sehr gute brücke schlagen zu dem was am anfang gesagt wurde aber ist das ja auch eine chance weil man in der partnerschaft ist man ja also sind es ja zwei liebende und dann kann man sich mit viel mehr mitgefühl begegnen und auch wenn der andere seine schwächen hat es ist immer eine riesen chance und wenn ich so sage wenn man mehr in die mystik geht oder in die spiritualität dann begegnet man dem ganzen leben es dreht sich ja schlussendlich um eine einheitserfahrung mit dem leben so wenn ich dem ganzen leben begegnen möchte wäre es vielleicht gut ich kann erstmal einer person auch tief begegnen oder ein oder mehreren menschen in meinem umfeld weil jede person der ich begegne ist ja das leben in purer form dann mit all ihren themen und wie er das schon so schön gesagt hat natürlich kommen denn unsere themen zueinander und das ist eine riesen chance und ganz spannend ist natürlich auch man man ahnt es ja schon vorher man zieht ja jemand an der zu einem passt irgendwie auch von den themen her und die außenstehenden wissen oft schon vorher die sagen okay wollen wir mal gucken wie lange das gut geht zum beispiel oder ja und da sagen menschen passen beide wirklich sehr gut zusammen ja und dann kommen wir echt die themen zueinander man merkt pang ja gerade wenn dies erotische verliebtheitsgefühl des beginns vorbei ist aber spannend wir können die man nicht entweichen in der nächsten partnerschaft kommt die gleiche geschichte wieder auf uns zu ja das ja das wort zu sagen ja aber das ist etwas sehr spannendes weil das beobachte ich schon sehr lange auch in meinem freundeskreis also dass es bestimmte freundinnen oder freunde gibt die sich da einfach wie in einer schleife drehen also bei der dritten oder vierten freundin oder partnerschaft immer wieder die gleichen themen aufkommen und häufig fällt es auch eher freunden oder familienmitglieder auf so wie hey du bist irgendwie wieder in einer gleichen situation wie schon die letzten male gewesen ich glaube wenn man eher so psychologie und spiritualitäts bücher mal liest und sich ein bisschen so durchforscht und ein bisschen beobachtet dann merkt man irgendwie themen kehren immer wieder zurück bis sie wohl bis man ihnen irgendwie wohl anders begegnet ja das ist toll wie du sagst und hier gibt es ja viele spannende zusammenhänge und im daoismus mag ich einen ansatz sehr weil die daoisten sagen eigentlich wow wir sind auf dieser welt und wir haben die chance innerlich zu wachsen und zu entfalten heißt einmal spirituell aber auch im alltag wir können unser potenzial entwickeln unsere weisheit unsere beziehungsfähigkeit unsere lebendigkeit etc und es ist spannend dass gerade in der gehirnforschung gehirnforschung kommt ja auch noch mit rein viele menschen festgestellt haben wenn ihr zu gehirnforscher fragt wie kann man sich denn wirklich verändern denn sagen die wirklich in vielen fällen wenn die so zu heute schule leuten aus dem qigong bereich sprechen oder tai chi bereich auf jeden fall durch meditation aber auf jeden fall auch durch körperübungen und das ist spannend weil unser charakter ist ja auch durch unseren körper geprägt und jetzt ist es ja so dass im daoismus eigentlich nicht nur stille die idee ist oder diese praktiken mit dem herzen und der libido sondern es dreht sich auch immer um bewegung wie chigong neue körperstruktur auf rechte haltung sich wirklich ganz zu viel fühlen körperlich etc und das gibt eine riesen chance unseren charakter zu verändern aber auch zugang zu bekommen zu diesen alten traumatischen erfahrungen oder verletzungen denn sie sind in unserer körperhaltung zu sehen ich gebe so einfache beispiele die wir alle kennen wenn ich jetzt zum beispiel sehr erzürnt wäre ja oder aufgebracht wäre hätte ich oft so eine körperhaltung oder wenn ich ein gefühl in mir habe wie mir ist alles zu viel im leben und ich werde sehr traurig dann habe ich mir vielleicht diese körperhaltung ein einfaches beispiel das und wir nehmen ja alle solche körperhaltung mal ein der punkt ist nur dass sie sehr oft chronisch werden in uns und wenn sie denn chronisch werden und fest dann sind sie eigentlich schon so weg so weit weg von unserem geist dass wir auch sagen diese innerlichen verspannungen oder traumatischen erfahrungen sind wie eis in uns wir fühlen sie gar nicht mehr weil wir fühlen ja das eis nicht wir fühlen nur das was sich in uns lebendig bewegt und das ist eigentlich eine riesen chance wenn man körperarbeit wie auch kampfkünste ja innere kampfkünste kung fu tai chi chi gong alles geht in die richtung andere heilungsübungen verbindet mit meditation und organheilung ich sehe viele menschen die sich ja das ist doch hoffnung oder die sich grundlegend verwandeln und dann auch andere beziehungen eingehen denn da ist ja auch noch so ein toller satz dahinter eigentlich wenn wir ganz ehrlich sind gehen wir in den meisten fällen lieblos mit uns selbst um gerade in unserer heutigen zeit alles soll schneller gehen alle sollen besser funktionieren und meist wachsen wir auch auf so in der schule wie es wäre gut wenn du schneller lernst damit du an der uni gut bist oder einen guten job hast und wenn wir natürlich darauf programmiert sind immer mehr gut zu funktionieren dann kommen bekommen wir darüber in der resonanz im sozialen umfeld auch unsere belohnung heißt wir spüren uns gar nicht mehr und wir sind nicht liebevoll zu uns selbst und es braucht diese diese liebevollen umgang zu uns selbst damit wir überhaupt körperlich uns entfalten können schmelzen können und damit unsere alten themen uns schmelzen können unsere liebe scheint wie eine sonne auf das innere eis kann man so sagen und dies ist auch eine tiefe entscheidung die etwas mut braucht und diesen punkt verstehen viele menschen nicht warum braucht es mut weil ich eine entscheidung treffe aus diesem funktionieren wie ich gesellschaftlich vielleicht aufgewachsen bin heraus zu gehen und das bringt eventuell eine angst mit sich dass ich da nicht mehr gut genug bin oder nicht mehr genug verdiene oder vielleicht mein job verliere etc seht ihr es ist eine recht komplexe sache deswegen ist es so dass ich in meinen trainings zum beispiel diese mut komponente immens betone denn wenn menschen wirklich lebendig werden kommt als erstes ein schritt guck ich spüre immer mehr meine lebendigkeit mein herz meine innere weisheit merkt mensch ich sollte eigentlich das machen oder auch ich möchte ein neues projekt machen oder meine beziehung stimmt eigentlich nicht mehr und das hatten wir auch am anfang so wir gehen in beziehungen länger hinein das habt ihr auch so schön betont aber vielleicht nicht so tief jetzt entfaltet sich meine tiefe lebendigkeit meine lebensfreude in jeder zelle und ich spüre vielleicht und das geht vielen so in meiner partnerschaft habe ich eigentlich ein abkommen geschlossen wir leben in so einer komfortzone es ist alles ganz okay aber es geht nicht so richtig los wir leben nicht mehr unsere träume guck wie schwierig ist das den eigenen traum zu lernen zu leben wir leben nicht mehr unsere träume heißt ich akzeptiere dich so wie du bist mit deinen schwächen ja es kann auch sein so zum beispiel bei männern da sagen die frauen dann oft ja der mann mein mann der trinkt ja immer viel alkohol oder sowas nimmt so hin aber eigentlich ist er dadurch vielleicht gar nicht mehr in der partnerschaft so ein kleines beispiel heißt es gibt es so eine komfortzone man hat ein commitment jetzt kommt der punkt jetzt kommt meine neue männlichkeit ich merke wow also zu diesem alkoholtrinken ich nehme das mal als beispiel und immer vorm fernseher sitzen oder computerspiele spielen und guck mal wir haben hier so ein thema wie viele menschen sitzen so oft vorm fernseher vor langeweile weil sie sich nicht lebendig fühlen ja spielen computerspiele weil sie sich nicht fühlen trinken weil sie sich nicht entspannen können so und auf einmal werde ich innerlich total lebendig ich merke das ist wirklich nicht mehr meine energie so so kann ich nicht weiter leben heißt aha es braucht eine konsequenz ich gehe jetzt aus der beziehung raus brauche vielleicht sogar einen neuen job dadurch oder ich ziehe um da braucht man genau da braucht man mut so wo kommt der mut her mut ist ja nicht nur eine sache im kopf eigentlich brauche ich jetzt zwei drei qualitäten und ich wisst ihr ich betone das so weil ich habe so viele jahre trainings gegeben und am ende oder nach einer zeit die trainings immer mehr verändert dass wir wirklich diese schritte machen können denn was nützt mir ich lerne irgendwelche praktiken wo ich in mich hinein lächle in meinem wohnzimmer und habe eigentlich das das gefühl das ganze leben ist mir zu eng ich muss auch den schritt machen können den schritt in diese neue partnerschaft oder in die neue kreativität die ich fühle oder in das neue projekt was ich machen möchte beruflich und das braucht mut und eine qualität davon ist wir brauchen erstmal eine stabilität total stabil und geerdet zu sein dass wir eine kraft fühlen ich kann den schritt machen der mut entsteht nicht im kopf der entsteht im körper das ist meine körperlichkeit die diesen mut hervor bringt so das ist ein punkt dann brauche ich meistens eine tiefere anbindung an das leben also dass ich eine vision habe und merke auch wenn die nächsten zwei jahre das nicht alles so toll wird klappt das weil ich fühle das schon wir reden hier von größeren schritten ja nicht davon dass ich während der ausbildung oder uni phase vielleicht nicht trennen und dann einen neuen partner finde sondern wenn man schon wirklich im leben tief drin ist wenn alles gesettelt ist wenn wir in unserer komfortzone sind so und dann kommt 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 ja eigentlich erst ein tiefer kreativer teil in uns durch diese inneren lebendigkeitsweisheitsschübe und diese ganze innere entfaltung des herzens passiert meistens nicht während unserer studienphase oder ausbildung sondern später das heißt ich brauche eine vision eine anbindung tiefe stabilität ein vertrauen und auch eine innere power und eine flexibilität und deswegen haben die daoisten all diese elemente zusammengebracht die kampfkünste tai chi organheilung und auch sexual praktiken meditation chinesische medizin etc und nachher ist es gar nicht so schwierig das ist ganz spannend weil die meisten menschen sagen eigentlich habe keine zeit für verschiedenste ist aber schaut guck mal wir haben doch auch zeit um zu verlieben und eine partnerschaft einzugehen ja oder zeit in tollen urlaub zu machen es gibt aber in uns eine tendenz dass wir eigentlich nur das für wahrnehmen oder für wichtig oder real halten was wir mit den augen vor uns sehen und dann merken wir okay jetzt da muss ich eine aktion machen nur das war ja der bereich über den wir auch gerade schon gesprochen haben unsere seele ich sag jetzt mal so seele in anführungsstrichen weil jeder weiß was gemeint ist unser innerer teil unsere seele braucht auch ihren raum es ist wichtig dass ich jeden tag eine innere ruhe damit ich überhaupt das leben verdauen kann damit ich überhaupt bei mir ankommen kann und mit mir tief in kontakt bin damit ich mich überhaupt fühle meine lebendigkeit wahrnehmen weiß welche richtigen entscheidungen ich treffen könnte und wie ich und tief in beziehung gehe so forschung zufolge da gibt es ja viele forschungen wie viele menschen machen überhaupt therapeutische arbeit oder meditieren regelmäßig also nicht nur therapeutische arbeit wenn einmal im jahr oder alle fünf jahre sondern dass sie wirklich an sich arbeiten sind drei prozent der bevölkerung es ist nicht so viel wie man ahnt und es gibt dieses tiefe gesetz der resonanz wenn ich meiner seele halt raum gebe und das leben so tiefer verarbeiten kann dann kann ich anders in resonanz treten also auf einer ebene wie man sie äußerlich nicht sieht ziehe ich dadurch andere dinge an weil ich versuche in mir was zu klären oder erkläre was über die zeit so gibt es eine neue resonanz und in dem sinne kann ich sagen mir haben viele menschen erzählt ich habe keine zeit ich habe noch nie mehr getroffen alle menschen die ich treffe mit denen ich privat zeit verbringen haben genauso viel zeit wie ich sie haben nur andere entscheidungen getroffen und es ist vollkommen korrekt jeder trifft seine entscheidungen nur wenn man das möchte wenn man merkt mensch ich habe lust sag ich mal so guck mal noch tiefer ich bin auf dieser welt und habe lust tiefer zu verstehen warum bin ich denn hier wer bin ich denn eigentlich und das ist ja auch eine grundlage für beziehungen wenn ich gar nicht weiß wer ich bin und wo ich hingehöre heißt ja auch belonging and becoming also zugehörigkeit und werden oder auch ankommen bei sich und in beziehung gehen also wer bin ich eigentlich wo gehöre ich hin was sind meine potenziale wo gehe ich nach diesem leben hin es ist eine riesen chance das zu entfalten in unserem da sein und dadurch entfaltet sich so mit unser ganzes da sein und ehrlich gesagt fällt mir auf dass viele menschen sehr oft gerade wenn die aktive arbeitsphase nicht erfüllt ist oder wenn sie vielleicht dann auch in rente gehen oder nicht ihre position gefunden haben dass sie einfach keinen sinn finden in diesem leben und versuchen irgendwie mit Puzzle spielen kreuzworträtseln biertrinken oder sonst was für geschichten den tag auszufüllen also eigentlich im kern gelangweilt sind und in dem sinne es lohnt sich praxis zu machen es macht Spaß und verändert die sich des lebens und bringt neue partnerschaften neue erkenntnisse macht alles lebendig und geht bis ins hohe alter ja wir können es hoffen was denn und man benötigt nicht so viel also ich glaube das ist ja auch ein großes thema glaube ich auch in unserer zeit die suffizienz also dass diese genügsamkeiten ich glaube das ist auch etwas was spirituelle praktiken mit sich bringen dass man nicht so viel um sich herum benötigt weil wir ja letztlich auch in einer welt leben die uns immer oder in einer gesellschaft uns immer wieder sagt was wir zusätzlich brauchen um etwas zu tun also du brauchst diesen gegenstand oder diese reise um dich dann so zu fühlen es zeigt dir dass du eigentlich erstmal deinen körper deine seele und deinen geist brauchst ich stimme dir total zu und und noch hinzufügend gerade diese betonung der körperlichkeit im daudismus hilft uns in stresssituationen oder nach mentalen prozessen meinetwegen fünf stunden e mails machen oder am computer was schreiben oder bürojobs das haben ja viele als tätigkeit das ist halt einfach unser digitales zeitalter gerade die körperlichkeit hilft uns dann ganz wieder bei uns anzukommen denn viele menschen sind ja von der energie eigentlich hier oben und dann wird es im herz schon ganz dünn im bauch noch dünner und die füße fühlen sie kaum noch eigentlich wäre unsere energie so umgekehrt wie eine pyramide heißt der geist da wäre es schön wenn er ganz klar und ruhig ist das herz weit und offen und wir haben eine stabilität im bauchraum und sind gut geerdet und in diesem zweiten zustand stimme ich da total zu wenn ich dann schon bei mir angekommen bin entsteht natürlich auch eine innere erfüllung durch praktiken und wenn vieles simpler ist macht es manchmal viel mehr spaß also simplizität und einfachheit auf einer gewissen weise können den tag füllen mhm beispiel ich freue mich wenn ich zwischendurch vorhin habe ich es auch gemacht oder täglich meine praxis machen kann und wenn nicht zu tun ist mache ich noch eine stunde länger weil es ist so erfüllend und dann kann man auch noch mal einen schönen film gucken weil dann gibt ein film auch noch neue impulse oder tiefer in die partnerschaft gehen und gemeinsam was machen aber aber umgekehrt wenn ich ganz erschöpft bin und leer bin und mich gar nicht mehr fühle ja dann hilft das außen auch nicht aber wie du sagtest kommt dann so ein verlangen weil wir fühlen uns zu leer das muss ganz gutes essen sein oder ganz viel und oft noch irgendwelche drogen also schau mal das sind ja auch gesellschaftliche themen gerade in deutschland 30 prozent der bevölkerung ich hoffe ich eher mich nicht sind übergewichtig und zwar immens bedeutet weil sie sich gar nicht fühlen essen sie ja auch so viel oder meinetwegen umgekehrt essen gar nichts weil dieser gegenpol von ich spüre mich nicht mehr so ich brauche nichts mehr essen und wie viele leute nehmen drogen heutzutage irgendwelche aufputschmittel alkohol nikotin um sich lebendig zu fühlen das sind riesige gesellschaftliche themen oder um den kopf abzuschalten viele menschen in anstrengenden berufen wie auch im management haben kaum die chance abends den kopf abzuschalten das geht dann in den meisten fällen nur über alkohol guckt in der coronazeit beispiel auch das habe ich extra beobachtet hat sich der alkohol konsum in deutschland zweieinhalb bis verdreifacht warum die menschen könnten nicht umgehen mit dieser neuen isolation einsamkeit es fehlt was also wird viel mehr alkohol zu sich genommen aber simpel aus sich das immunsystem ist das natürlich totaler quatsch weil zwei glas alkohol geht mein immunsystem so runter ja da brauche ich auch keine maske mehr tragen weil wenn alle halb besorfen sich im treppenhaus treffen dann ist das ein kleiner strahl auf dem rande aber ja und ich finde neben dem tiefen spirituellen aspekt und dem aspekt von selbstheilung und auch das thema partnerschaft die alle abgedeckt werden vom taoismus und auch stressprävention ist ganz wichtig auch zu sehen was ihr auch gerade angestoßen habt was sind denn unsere gesellschaftlichen themen eigentlich also beziehungen funktionieren nicht richtig und menschen sind erschöpft oder leer etc und abhängig von drogen und und so weiter und aus meiner erfahrung heraus hilft es nicht dann nur zu sagen okay wir meditieren mal eine halbe stunde das reicht nicht denn komplexe themen brauchen oft auch komplexe antworten und deshalb mag ich diese praktiken so weil man kann die menschen gut abholen und ich konnte mich auch gut abholen denn ich bin auch über den körper gestartet ja ja wenn wir nochmal zur sexualität zurück kommen ja die letzten fünf minuten was sagen denn die taoisten oder was verstehen sie unter der sexuellen energie und was machen sie damit also einmal verstehen sie natürlich darunter wirklich das was wir auch verstehen die sexualkraft besonders die kraft in den hoden oder ovarien als gespeicherte energie der fortflatzung aber auch die energie im ganzen bereich der geschlechtsorgane und zusätzlich gibt es hier eine wichtige ganz wichtige information vielleicht für euch oder die zuhörer die das nicht wissen die sexualkraft entsteht die sexualkraft entsteht in der chinesischen medizin und auch im taoismus eigentlich in den nieren bedeutet die beiden nieren die hinten im rücken liegen oder noch genauer gesagt diese wandlungsphase wasser wo die nieren das hauptelement sind und der untere rücken dazu gehört aber auch die blase diese ganze bereich speichert unsere vorgeburtliche energie oder unsere vererbte energie und die nieren bringen in dem sinne die sexualkraft hervor das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weit weg ist aber unglaublich wichtig weil da gibt es ja eine anwendung in der chinesischen medizin weil bei erschöpfung oder meinetwegen eine frau kann nicht schwanger werden oder der mann ist impotent da ist impotent gibt es kräuter zum aufbau meistens fürs blut aber in den allermeisten fällen immer für die nierenenergie also man stärkt die nieren so wo macht man moxa was auch lebenskraft aufbaut oder akupunktur wenn der mann impotent ist auch am rücken hinten wo die beiden nieren liegen auf den sonderpunkten bedeutet die nierenenergie ist immens wichtig weil sie bringt eigentlich die sexualenergie hervor umgekehrt gesagt wenn ich in einer tiefen erschöpfung bin dann nutzt es nichts irgendwelche sexualpraktiken zu lernen sondern dann wäre auch gut dass ich gucke wie kann ich denn meine nierenenergie aufbauen weil dadurch auch die sexualenergie aufgebaut wird was wiederum die partnerschaft nähert und ermöglicht wenn man möchte dass man auch leichter schwanger wird etc oder auch unterstützt dass der mann zum beispiel nicht impotent ist oder zu schnell ejakuliert was in vielen fällen der fall ist dies ist übrigens ein ganz großes thema ja du hattest warum wenn man überschüssige sexualenergie hat weil wir haben ja gerade darüber gesprochen wie das dann wäre wenn also was man dann macht wenn man das gefühl hat man hat zu wenig libidum was macht man wenn das gegenteil eintrifft wenn man zu viel hat also einmal ist so ein punkt manchmal ist eine energie auch zu viel weil sie überbetont wird und in wirklichkeit gar nicht zu viel ist es gibt zum beispiel menschen die sag ich mal so vielleicht einfach wirklich nicht ganz bei sich sind oder viele psychische themen haben und dann ganz stark abgleiten in pornografie beispiel das sind ja heutzutage millionen von leute heißt wir sind vielleicht gar nicht so beziehungsfähig mehr und gehen dann in diese richtung ich gucke ständig pornografie und wenn sie das schauen haben sie auch das gefühl dass sie ganz ganz viel energie haben also was man fühlt ist nicht unbedingt das was vielleicht die situation ist also ich fühle dann wahrscheinlich ganz viel erregung in mir wenn ich diese bilder schaue aber eigentlich bin ich schon in einer schöpfung dass das erstmal als wichtige information und im daoismus ist es natürlich so dass wir gucken aha wir haben die libido da als grundenergie nur und das ist ein ganz toller punkt die libido wenn sie da unten so ruht ist ja wie so ein kleines feuerwerk oder wie ein großes und eigentlich relativ schnell zu aktivieren wenn wir jetzt aber durch spezielle meditation oder auch innere qigong übungen so heißt es ja auch die libido hinaufführen in den körper beziehungsweise in die nieren oder in die inneren drüsen oder organe passiert eigentlich ein ganz spannender prozess die libido pelt auf wie so ein innerer springbrunnen nährt die drüsen oder nährt die organe da gibt es eine meditation die ist ganz berühmt heißt der kleine energie kreislauf heißt die fließt nachher ins gehirn hinauf und dann wieder vorne herunter und jetzt kommt die auflösung des ganzen wenn die libido anfängt anfängt hinauf zu perlen merkt sie Mensch ich bin gar nicht mehr libido ich habe mich eigentlich schon verwandelt also die kommt als libido da hinauf und auf einmal wehrt sie zu einer inneren heilkraft und lebendigkeit und das ist natürlich ein riesen geschenk auch für menschen die single sind und eigentlich ihre sexualität leben wollen heißt was ich von vielen höre die single sind ja die sind single fühlen aber nicht dieses sexuelle schmelzen etc so dann suchen sie nach einer partnerschaft funktioniert aber gerade nicht sind single wo das ist okay für sie dass sie single sind aber was fehlt ist diese innere lebendigkeit die in der sexualität stattfindet das ist genau das was dann passieren kann wenn man oder was sich ereignen kann wenn man jetzt diese inneren meditation lernt man merkt oh das hat ja so einen ähnlichen geschmack ich fühle mich total lebendig aber jetzt perl diese kraft nach oben und vielleicht sogar bis ins rückenmark bis ins gehirn hinein übrigens das ist auch kein spaß jetzt was ich sage ja das wird meist mal spaß genommen aber ich hatte gerade die letzten monate oder den letzten monat von zwei menschen ein feedback die wirklich zu tränen gerührt waren im seminar also wirklich die tränen liefen und vollkommen verändert und sagten nach vier tagen kurs und dann eine woche hinterher praktizieren hat sich wirklich ihr gehirn verändert weil vorher waren sie so überlastet dass sie sich einiges nicht mehr merken konnten oder einfach nur abgeschaltet noch abgeschaltet haben oder keine neuen kreativen ideen mehr hatten ist natürlich besonders wenn leute schon älter sind als 30 oder 40 und noch mehr wenn leute vielleicht 60 sind oder 70 und die praktiken der daoisten heißen eigentlich auf chinesisch huan jing bu nao man kehrt die essenz um also essenz ist nieren und sexualhergie weil die sexualkraft ja von den nieren kommt und leitet die essenz jetzt zurück ins gehirn damit das ganze gehirn gut arbeiten kann aber aus sicht der können wir sagen der chakra lehrer oder der meridian lehrer natürlich auch damit sich diese höheren energiezentren öffnen und wir unsere intuition verbessern und eine innere weisheit erhalten können und so mal in der umgangssprache gesagt die praktiken sind der hammer wir verändern das leben jeder person und wir sind nicht so schwierig ich konnte mir das gar nicht vorstellen früher dass das geht aber es ist relativ einfach zu lernen und das ist schon ein hammer wenn die menschen merken ihre herzenskraft fließt runter wie ein nektar in den beckenboden und dann fließt auf einmal durch die wirbelsäule eine lebendigkeit von liebe und libido ins gehirn und der ganze geist wird unendlich weit und das kann man in einer woche lernen wenn man möchte das zu perfektionieren braucht ein bisschen zeit aber nach meiner meinung ist das heutzutage für alle menschen hilfreich weil es gar nicht so schwierig ist das eine möglichkeit was macht man mit dem überschuss an libido und wenn dieser überschuss einmal aufgepaert ist dann wirkt es auch eigentlich so wie eine art innerer sekt im körper und da ist nicht mehr so ein bedürfnis weil ich muss jetzt unbedingt sexualität haben übrigens ist das auch ein grund warum ich von vielen auch kollegen von mir oder kolleginnen die diese praktiken gelernt haben schon gehört habe ja wir unterrichten sowas auch manchmal in gefängnissen etc weil gerade da oder in jugend anstalten etc weil die menschen da isoliert sind auch noch in traumatischen situationen oder weggesperrt und dann merken sie ich kann meine lebendigkeit meine libido gar nicht mehr fühlen und oft geht das dann dahin dass sie selbst masturbieren etc oder ihre einfach ihre kraft verlieren ja oder weil sie die sexualität nicht ausdrücken können in vielen fällen auch in gewalt besonders bei männern das ist ja eh ein tiefer punkt da werden wir fast schon bei einem anderen thema sexualität braucht eigentlich immer auch eine abgrundung eine verbindung mit tieferen schichten in uns und bei männern ist es so weil die männer sind ja sehr young also sind ja aktiv in der partnerschaft auch wenn ein mann keine erektion hat gibt es keinen sex richtig ja und aus chinesischer sicht geht die erektion einher mit der energie der leber also die leber mit ihrem blut bewirkt dass eine erektion stattfindet und übrigens basiert das ja alles auf der chinesischen medizin die es ja schon über 2000 jahre gibt also da gibt es ganz ganz viele forschungen das ist nicht so vor ein paar jahren mal ausgedacht so die leber hat zu tun mit unserer dynamik mit unserer power mit unserer freundlichkeit aber auch mit unserer wut sagen wir auch so wenn einer immer so gespannt ist sagen wir sag mal was ist dir denn über die leber gelaufen ja weil man merkt ja und dann sagen die meistens wieso was soll denn sein bei mir als nächsten sagen die ja mir geht's wunderbar sondern die sagen was soll denn sein so und dann merkt man schon die ganze leber und heißt wenn ich dann mit dieser Anspannung in mir in Sexualität hineingehe oder in eine Beziehung als Mann und viele männer haben ja viel Anspannung in sich auch durch den Stress heutzutage dann misch ich meine Sexualkraft mit meiner Wut und das führt auch zu diesen tragischen gesellschaftlichen Phänomen von Vergewaltigungen sogar Kindesmissbrauch und so weiter weil da ist so eine Power so eine Spannung und die weiß nicht wohin und gerade bei der Wut ist es ja so dass sie oft unterdrückt ist also manchmal kommt sie richtig hervor da sieht man sie deutlich aber auch Leber Energie Leber hat auch zu tun mit Müdigkeit also wenn die Leber voll ist so kennen wir auch so nach so einem Essen so Schieß gegessen noch ein Eis drauf ja noch irgendwas ist so eher so so müde und viele haben so eine Leber die einfach erstmal eine Leberreinigung bräuchte eigentlich ja damit sie wieder frisch ist heißt sie hat so eine Müdigkeit in sich und Trägheit und man sieht die Aggressivität nicht aber unter der Trägheit ist die ganze Wut die Wut wird meist gecovert wenn sie nicht deutlich hervorkommt und man denkt dann so, das ist ja ein netter Kerl ja aber sobald einer auf der Straße was sagt kommt so kommt das alles raus ja oder beim Fußball gucken kommt das raus zum Beispiel die Panne dann kommt die ganze Geschichte raus dann merkt man so und dies ist einer der Gründe das haben wir ja vorhin kurz erwähnt ja warum ist es wichtig wenn wir die dauerst ägistischen Sexualpraktiken lernen wo wir dann noch Energie hochziehen können ins Gehirn und als Frau das auch hochziehen können heißt wo der Mann dann eigentlich gar nicht mehr diesen Orgasmus den Äußeren so oft hat um sich zu entspannen und den ganzen Stress loszulassen also wenn er denn das nicht mehr hat dann braucht er auf jeden Fall eine Praxis um diese Energie zu recyceln aber auch um innerlich diesen Stress in sich abzubauen und deswegen sind die Meditationen so wichtig und ich sehe auch in dem Sinne eine gewisse Gefahr darin und deswegen zeige ich gar nicht mir so gern diese Kurse in zwei Tagen sondern lieber als Teil meiner gesamten Ausbildung denn es ist wirklich nur ein Teil wenn Menschen ein Wochenendseminar buchen möchten in Sexualenergie mit einem nur der Idee ich will besseren Sex haben denn wenn man diese Sachen lernt dann wird automatisch die Energie wesentlich mehr und in vielen Fällen auch die Wut die da versteckt ist wesentlich mehr Wut ist nur ein Punkt ja aber ich glaube es ist deutlich zu sehen dass bei dem Mann durch diese Yang-Energie und die Leberspannung es viel mehr zu diesen Übergriffen kommt Vergewaltigung, Gewalt in der Ehe und 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 das ist ja ein Riesenthema mhm und ja da haben die da ist dann halt auch viele Übungen wo sie die Organe umarmen oder in die Organe hinein lächeln ist eine bekannte Methodik aber es dreht sich nicht nur um ein Lächeln sondern das Organ wahrzunehmen und so ein neues Licht, neue Präsenz da hinein zu geben auch das ist nicht so schwer kann man auch mal machen statt einen Film zu gucken oder so oder mit dem Partner der Partnerin gemeinsam und sobald man denn da hinein guckt lösen sich schon viele innere Spannungen oder da löst sich in der Lunge schon eine Traurigkeit Lunge mit Traurigkeit hat viel zu tun Heißt, wenn ich öfter Meditation mache mit dem Herzen wo ich dann das Herz in die Lunge scheinen lasse dann gibt es definitiv auch eine Veränderung und damit ist es dann auch viel leichter die Sexualenergie als Teil der Gesamtenergie im Körper aufzunehmen Jetzt habe ich ein bisschen mehr über den Mann gesprochen da Ja, ich wollte gerade sagen jetzt hast du schon über den Mann gesprochen und ein bisschen auch über die Frau aber was würdest du denn sagen wie sehen die Dauisten so die Rolle des Mannes und der Frau in der Beziehung bzw. in der Sexualität? Ja, also einmal wichtig so kurz gesagt würde ich sagen für den Mann wichtig er verbindet die Sexualkraft mit seinem Herzen weil das passiert beim Mann normalerweise nicht durch die Verbindung mit seinem Herzen kann er tiefer in die Beziehung gehen und viel leichter diese Praktiken umsetzen und es gibt ja auch daoistische Sexualpraktiken wo man dann wirklich länger Sex hat bzw. wo beide wie Sexualenergie die in sich hinaufführen oder wo das auch noch ausgetauscht wird auf einer tieferen Ebene also auf einer eher feindstofflichen Ebene Heißt, ich erkläre das erstmal so beide werden jetzt im Geschlechtsverkehr und würden dann zur Ruhe kommen ob sie jetzt noch ineinander liegen oder nicht und diese Sexualkraft perlt dann auf in die Zellen oder perlt sogar durch beide hindurch und das gibt natürlich eine immense Nähe mit der anderen Person auch das erzeugt einfach viel mehr und für den Mann wäre daher am wichtigsten überhaupt die Verbindung mit dem Herzen zu erfahren und rauszukommen aus diesem Muster dass praktisch mir so ein Urinstinkt da kommt oh jetzt habe ich Sex und der sich vielleicht noch mit Power, Anspannung oder Wut mischt oder im schlimmsten Fall mit Gewalt so jetzt wollt ihr auch noch wissen was wäre für die Frau wichtig Na klar ja das ist interessant bei Frauen sagen also viele Frauen in Seminaren sagen Mensch Carsten hast du toll erzählt aber das fällt mir eigentlich schon relativ leicht die Energie so hoch perlen zu lassen und ich spüre auch ganz schnell mein Herz und das stimmt auch in vielen Fällen weil wenn eine Frau sich verliebt so haben wir festgestellt erstmal und das ist ja jetzt auch bei jedem Menschen anders aber wenn wir so statistisch gucken Frauen fühlen noch mehr Herz und noch leichter und können tatsächlich relativ leicht so Sexualergie im Körper aufperlen lassen und manchmal passiert es auch von sich alleine so was wäre mehr deren Thema Stabilität und bei sich ankommen könnte ich sagen zusammenfassend denn bei den Frauen gibt es einen einen Punkt vielleicht auch deshalb weil sie halt schwanger werden können und in unserer Evolution für die Kinder da waren immer also seit Jahrtausenden und die behütet haben dass sie sehr schnell in die Beziehung hineinschmelzen also da ist eine neue Beziehung und als Frau ist es viel leichter weil man dann nicht tief bei sich ankommt in der eigenen Mitte in der eigenen Ruhe oh man verliert sich in der Beziehung schmelzt in der Beziehung und vergisst sich dabei und das hört sich sehr positiv an es hat natürlich auch eine Qualität dieses Schmelzen aber das geht einher mit einer Verlorenheit bedeutet wenn es dann zu einer Trennung kommt dann kollabiert das eigene Leben und das sind natürlich komplexe Themen aber ich sag mal so nach unseren Forschungen nach meinem Erfahrungsschatz hat das auch zu tun mit dem Thema Kinder bekommen und dann auch wenn ein Kind da ist zum Beispiel hat die Frau ja viel mehr Nähe noch zu dem Kind als der Mann weil der Mann hat auch eine Nähe zu dem Kind aber in vielen Fällen spielt der Mann gern mit dem Kind wenn es dann schon richtig laufen kann oder so dann kann er mit dem irgendwie Ballspiele machen und sowas aber die Verbindung zwischen Mutter und Kind ist ja irre die verschmelzen ja zu einer Einheit teilweise da kommt natürlich ein tiefer Mutterinstinkt durch und ein Beschützerinstinkt und diese Schmelzen schildern mir viele Frauen haben sie auch wenn sie in neue Beziehungen hineingehen oder mit dem Haus schmelzen ich bin hier angekommen ich bin in der Beziehung angekommen nur ich komme dann nicht mehr bei mir an und das ist die Tragik ich verliere meine Klarheit und noch mehr auf den Punkt gebracht und ich glaube ihr könnt schon ahnen oder du jetzt welches Beispiel kommt welch ein Drama wenn ich verlassen werde in der Beziehung oder wenn mein Kind aus dem Haus geht oder mein Kind sich gegen mich richtet als Mutter mich nicht mehr mag weil wenn ich mit der anderen Person identifiziert bin ist das ein immenser Stich ins Herz und da gibt es viele die vor Schmerz kollabieren und sich nicht mehr finden und das nochmal zusammenfassend ist eigentlich der Kernpunkt im ganzen Dauismus als erstes bei dir selbst ankommen und dann nochmal bei dir selbst ankommen und nochmal bei dir selbst ankommen und durch dieses Ankommen kommt dann die tiefere Beziehung zu meinem Herz zu meiner Liebesfähigkeit zu meiner Libido und auch eine tiefere Fähigkeit in die Beziehung zu gehen mit Klarheit genau denn Beziehungen brauchen ja auch Konflikte wir leben ja von Konflikten also Konflikte sind jetzt nicht nur negative Konflikte gemeint sondern es gibt ja im Alltag immer im Beziehungsraum Dinge die zu klären sind wo wir uns überlappen wo wir uns reiben ob das zwischen dem Partner ist oder zwischen Mutter und Kind oder in der Familie oder in der Firma in der Gesellschaft und dadurch wachsen wir ja und wenn ich jetzt verschmolzen bin dann bin ich nicht mehr konfliktfähig weil ich denke wie kann mich die Person kritisieren ich bin ja mit ihr eigentlich oder ihm eine Einheit und das ist das große Dilemma na ja ja spannend Andi, willst du noch irgendwas fragen? kommt doch die Zeit jetzt drauf an? soll noch für eine Frage? wenn du ja ja meine Stimme ist schon auch fast weg ich bin doch vor dem heißen Schein das war hier die ganze Zeit ja gut dann würden wir einfach noch eine Frage stellen und dann uns dem Ende zuneigen dann wäre es die Frage wie kann Sexualität heilend wirken? ja ganz einfach ja wir haben das auch schon eigentlich erklärt und sie kann einmal heilend wirken wenn man praktisch das Herz öffnet also in der Sexualität an sich mit der Partnerin dem Partner wenn man das Herz öffnet näher kommt und wenn die Energie innerlich zu fließen beginnt und die taoistischen Praktiken unterstützen natürlich durch dieses innere Fließen weil es dann auch nochmal aufperrt dabei in alle Organe etc. es kann aber auch heilend wirken ohne diese Praktiken wenn man zu schmelzen beginnt innerlich zu fließen beginnt loslässt hier gibt es auch viele Forschungen dass Menschen die regelmäßig Sex haben gesünder sind oder heiler sind auch dann ganzheitlicher als Menschen die gar keine Sexualität haben so das wäre der eine Punkt und die andere innere Heilung haben wir schon angesprochen also das ist ja wirklich die Spezialität der Taoisten dieses hinaufführen der Sexualkraft da gibt es übrigens viele alte Abbildungen die sind 1000 oder 2000 Jahre alt wo so taoistische Weise so ein Pfirsich halten das heißt eigentlich meine Sexualkraft ist in alle Zähne auch ins Gehirn aufgestiegen und der Pfirsich symbolisiert so eine Langlebigkeit und Gesundheit und innere Heilung wenn wir mal nachschauen in alten Schriften sieht man das oft früher habe ich das gar nicht verstanden ich dachte wieso hätte er so ein Pfirsich die Forschung in dem Bereich ist natürlich relativ neu wir können sagen es gibt Forschung dass wenn man regelmäßig meditiert ein innerer Heilungsprozess entsteht und auch so dass die Thelomere der Chromosomen also im Bereich der Zellen der DNA sich wirklich eine Art Verjüngungsprozess ereignen kann wenn man regelmäßig meditiert auch wenn man regelmäßig fastet übrigens das sind zwei ganz wichtige Dinge und aus der Erfahrung heraus besonders wenn Herz und Libido Energie im Körper vorhanden ist und neue Impulse in die Zellen gibt das jetzt als sexuelle Praxis für sich aber auch beim Geschlechtsverkehr wenn diese Energien in uns wirken also die Liebe und die Libido bedeutet ich glaube aus meiner Erfahrung heraus dass das stimmt dass diese tiefen Praktiken der taoistischen Meditation wirklich zur Zellverjüngung führen also heißt nicht dass man immer jünger wird sondern dass die Zellen eine Chance haben in dieser tiefen Stille der Meditation durch die neuen Ressourcen die da wirken da wirken ja wirklich Ressourcen das ist ja nicht nur dass man still wird sondern da kommt ja eine ganz neue Energie hinein dass dadurch die Zellen von innen in diese Zellautophagie treten können also in eine Zellselbstheilung und der ganze Körper gesünder werden kann wäre doch eigentlich eine tolle Sache oder? ja super und wann bist du das nächste Mal in Berlin? seid ihr in Berlin? ja ich habe das früher in Berlin in den Jahren ausbildungen gesprochen da muss diese Frage schon jetzt zwingend gestellt nein das war ja nicht ich kann gerne mal zu euch kommen wenn ihr möchtet ja die Ausbildung sind jetzt in Frankfurt und in Holland gerade ja das ist für uns und die größeren Kurse im Moment auch viel Holland, Belgien oder Frankfurter Raum, Köln, Hamburg auch nochmal ja genau ja spannend aber wir würden teilnehmen ja wir würden teilnehmen ich glaube danke gerne ja dann also zusammenfassend kann ich vielleicht nochmal sagen das ist klingt natürlich alles sehr komplex aber man kann wenn man das wirklich möchte nach ein, zwei Jahren schon eine ganze Menge lernen was wirklich beziehungsverändernd ist und so mehr Liebe in die Beziehung bringen aber auch mehr Selbstliebe erfahren immens viel Stress reduzieren gesünder werden das sind doch wirklich Geschenke aber auch flexibler und kreativer und wer wünscht sich das nicht ja gerade in der heutigen wenn wir nochmal vielleicht weil das dreht sich ja auch um Spiritualität nochmal gucken da gibt es meiner Ansicht nach auch ein tiefes Fehlverständnis das heißt Spiritualität ist ich bin total ruhig, total ruhig und dann wird alles irgendwie ruhig es klingt so wie ein Astronaut der im Weltraum verloren geht ja wer will dann sowas ja also viele die an Meditation denken denken dann so da ist alles nur ruhig nein weil alles zur Ruhe kommt wird es ihnen so lebendig so lebendig so lebendig dass auf einmal das fang macht und man mit dem ganzen Leben eins ist ja wenn das und das ist eigentlich wie ein Liebesakt so wenn das nicht so wäre ja wenn das nur eine tiefe Ruhe wäre wo einer da sitzt alles ist so ruhig schön würde nicht die gesamte Weltliteratur in der Tiefe auch Buddhismus und Dauismus ja und Christentum aber auch Islam, Sufismus sich um diese Themen drehen da ist was unglaubliches in uns und ich muss das nochmal betonen zum Abschluss weil das klingt sonst alles so wir machen ein paar Heilungsübungen denn es gibt ja einen ein Kernpunkt den viele Menschen gar nicht so wissen diese inneren Energiekanäle die sind zwar beim Baby offen aber in ihrem Potenzial noch gar nicht erweckt heißt man bringt nicht einfach nur Lebenskraft in sich zurück und entspannt ein bisschen sondern da gehen innere Zentren auf die Yoga die Yoga sprechen ja von Chakren die vorher nie auffahren das verändert unser Dasein so dass einem das das Fundament nimmt die gesamte Sicht von Realität wird sich verändern das ist der Punkt dabei und das kann man vorher nicht ahnen eigentlich ist das der größte Thriller unseres Lebens weil wir erfahren immer mehr wer wir sind und welche Geschichte wir haben und wie wir mit allen verbunden sind und unser Potenzial entfaltet sich dabei auch nebenbei auch ein paar intuitive Fähigkeiten und vieles andere und wenn wir handtief meditieren können wir auch sehr viel Klarheit Stille und tiefen Frieden erfahren mit den gleichen Praktiken sind zwei Seiten einer Medaille ja ja und auch Frieden mit sich selbst ich habe ausgesprochen hier sehr schön die